Das Konsortio Alten ist ein interuniversitäres Konsortium für italienische Kulturwissenschaft und Philologie mit Sitz in Pisa und wurde 1999 gegründet. Es besteht aus 21 italienischen Universitäten und wird seitens der Universität Pisa geleitet. In Zusammenarbeit mit dem italienischen Ministerium für Universitäten und Forschung widmet sich das Konsortium der Lehre italienischer Sprach, Literatur- und Kulturwissenschaft Teilnehmer Das Konsortio Alten besteht aus folgenden Universitäten Universität Bari, Universität Bologna, Universität Casino, Universität Catania, Universität Genua, Universität Mailand, IULM Mailand, Universität Neapel-L-Orientale, Universität Padua, Universität Parma, Universität Pavia, Ausländer-Universität Perugia, Universität Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna, Sapienza Universität von Rom, Universität Torfagata, Universität Rom III, Universität Salerno, Ausländer-Universität Siena, Universität Trient, Universität Turin, Universität Venedig, Bachelorstudium. Die Universität Pisa organisiert unter Einbeziehung der Universitäten des Konsortiums ein gemeinsames, interuniversitäres philologisch-kulturwissenschaftliches Bachelorstudium in Italianistik für Ausländer und italienische Expatriaten. Das auf E-Learning basierende Bachelorstudium ist thematisch der philologischen Klasse L10 zugeordnet und bietet die vier Wertifungsrichtungen. Linguistik und Didaktik, Literatur, Kunst und Kultur, Geschichte, Punkt. Die Prüfungen werden im Wohnsitzland der Studenten oder am Sitz des Konsortiums in Pisa durchgeführt. Der akademische Grad wird durch die koordinierende Universität, die Universität Pisa, vergeben. Der Abschluss des dreijährigen Studiums erfordert 180 ECTS-Punkte und berechtigt zum Eintritt in ein thematisch verwandtes Masterstudium. Masterstudium Das Konsortio EICON bietet drei nicht-konsekutive Masterstudien im Bereich Sprach- und Kulturwissenschaften an, welche berufsbegleitend ausgerichtet sind. Übersetzung organisiert durch die Universitäten Pisa, Bari und Genua. Didaktik für italienische Sprache und Literatur organisiert durch die Ausländer-Universitäten Perugia und Siena. Kulturerbe Management Universität Parma Sprachkurse Das Konsortium EICON bietet neben akademischen Programmen auch spezialisierte Sprachkurse für Italienisch an. Für englischsprachige Sprachschüler wurde in Zusammenarbeit mit der University of California Los Angeles ein eigenes Lernprogramm entwickelt. Die Kurse wurden mit dem European Language Label der Europäischen Kommission ausgezeichnet.